Hi, ich bin der Wessi vom Kochlokal in der Franz-Fischer-Straße 12 im Spielraum für alle. Heute Abend machen wir vegane Hotdogs mit einer Kürbiskernwurst, mit Dinkel, Brötchen, einer Hokaido-Kürbiskremesauce und das alles sind Lebensmittel, die tatsächlich weggeschmissen worden wären. Es wäre echt schade drum. Wir sind froh, dass wir heute eine Jam-Session damit verköstigen können und dass wir alle hoffentlich Affetzen Gaudi haben.